Höre niemals auf, spüren zu sein. Sag, was ist das Elixir des Lebens? Was bewegt es und was erregt es und zu welchen Zwecken? Frag nicht nach einem Sinn, warum wir hier sind. Ja, schau dir doch die blühend offenen Lebewesen an. Wie viel fettig, bunt und schön und habt ihr doch sein Können, ja sie sind. Sie sein Können, ja sie sind. Sag, was ist die Quelle deiner Inspiration? Das ist deine Motivation, die dich introwechselt. Ja, frag doch nicht nach einem Sinn, warum wir hier sind. Ja, spüre deine blühendzarte Seelenemotion. Schick, wie viel fettig, inspiratif, antrein, die sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Sie sind. Musik Sack, was ist der Funke deiner Lebensenergie? Für wen und für was arbeitest du fast ein Leben lang? Ja, frag hier nach einem Sinn, warum, für was und wen? Und lausch deine inneren leicht zu überhören Stimmen. Wir hören niemals auf der schönen, schwachen Zarte zu spüren, wie er spürt zu sein. Ja, frag hier nach einem Sinn. Ja, frag hier nach einem Sinn. Ja, frag hier nach einem Sinn. Ich war vorher, hörst du mal zuschauen